Heute erzähle ich Ihnen von Blair on Eile, dessen Name in der Golfwelt sehr bekannt ist. Es ist jedoch ihre einzigartige Kombination von Talenten, die sie zu einem Vorbild und einer Inspiration für viele junge Frauen gemacht hat, die nach Erfolg streben. In diesem Artikel werfen wir einen genaueren Blick auf Blair on Eiles Lebensweg, ihre Errungenschaften und den Einfluss, den sie auf die Welt des Golfsports und des Modells hatte. Ihr seid auf dem Kanal 100 Jahre Sport und wir starten durch. Blair on Eile wurde 1981 in Macomb, Illinois, geboren. Als Blair elf Jahre alt war, meldete ihr Vater sie in eine Junior-Golfschule an und von diesem Moment an ließ sie ihren Golfschläger nur noch selten aus der Hand. Nur zwei Jahre später begann Blair für die American Junior Golf Association, IGA, zu spielen. O'Neil hatte große Erfolge in ihrer Jugendkarriere, einschließlich, aber nicht beschränkt auf ihre Teilnahme am Junior-Rider-Cup in Valderrama, Spanien, einem europäisch-amerikanischen Team-Golf-Wettbewerb für junge Spieler. Nach der Higgs-Schule erfüllte sich Blair trotz unzähliger Briefe von Universitäten ihren Kindheitstraum und erhielt ein Vollzeitstipendium an der Arizona State University. Alle vier Jahre spielte sie für das Golfteam der Frauenmannschaft San DeVille, verpasste kein einziges Turnier und brach es nicht ab. Und dabei wurde sie zweifache NCA-Frauenmeisterin. Nach ihrem Abschluss an der Blair on Eile University wurde sie Profi und nahm an der Futures Tour teil, die heute als Epson Tour bekannt ist, einer Entwicklungstour für die LPGA Tour Women's Professional Golfers Association. Aber nachdem sie sich das Bein gebrochen hatte, beschloss Blair, ihre Golfkarriere auf Eis zu legen und ging ins Modeln, um ihre prekäre finanzielle Situation zu stabilisieren. Außerdem nahmen die Werbeangebote kein Ende. Doch nach fünf Jahren Arbeit als Model lud der Golf-Channel Blair zu ihrer Reality-Show Big Break, Big Break ein. Trotz einer so langen Pause in ihrer Sportkarriere belegte Onial sofort den zweiten Platz in der Staffel. Dies veranlasste sie, zum großen Golf zurückzukehren und wieder ernsthaft zu trainieren. Und bereits 2010 wurde Blair der Gewinner in derselben Reality-Show. Dieser Sieg spornte sie an, ihren Status auf der Futures Tour im Jahr 2012 wieder zu erlangen und bis 2014 nahm Onial Vollzeit am Turnier teil. Und seit 2015 ist Blair Fernsehmoderatorin des Golf-Channel. Blair Onial wurde von Sports Illustrated zu einer der 50 heißesten Sportlerinnen aller Zeiten und von Golf Digest zu einer der heißesten Golferinnen ernannt. Blairs Erfolg als Model hat dazu beigetragen, Klischees über Golferinnen zu brechen, die oft als männlich oder unattraktiv wahrgenommen werden. Ihr Erfolg hat auch dazu beigetragen, junge Mädchen zu inspirieren, die zwischen Sport und Modeln hin- und hergerissen sind. Blair Onais Erfolg als Golfspielerin und Model hat sie zu einem Vorbild und einer Inspiration für viele junge Frauen gemacht. Sie zeigte, dass es möglich ist, in vielen Bereichen erfolgreich zu sein und dass es der Schlüssel zum Erfolg ist, seinen Leidenschaften zu folgen. Sie überwand Barrieren und zeigte, dass Frauen in jedem Bereich erfolgreich sein können, den sie wählen. Blair Onais Einfluss geht über ihre individuellen Errungenschaften hinaus, da sie auch eine starke Verfechterin des Frauengolfs und der Wichtigkeit ist, junge Mädchen für diesen Sport zu gewinnen. Ihre Teilnahme am LPGA Stern Oscar Girls Golfprogramm ist nur ein Beispiel dafür, wie sie ihre Popularität genutzt hat, um einen positiven Einfluss und eine Inspiration für junge Mädchen zu sein. Neben ihrer Fürsprache-Arbeit ist Blair Onais auch eine erfahrene Golflehrerin und hat mit Spielern aller Spielstärken gearbeitet. Sie unterrichtet leidenschaftlich gerne und hilft anderen, ihr Spiel zu verbessern, und ihr Wissen und ihre Erfahrung machen sie zu einer gefragten Ausbilderin für Golfer aller Altersgruppen und Fähigkeiten. Abschließend möchte ich sagen, dass Blair Onial ein Multitalent ist, das sowohl im Golfsport als auch im Modelgeschäft große Erfolge erzielt hat. Ihre Geschichte ist geprägt von Ausdauer, Entschlossenheit und Leidenschaft. Blairs Fähigkeit, ihre Golf- und Modelkarriere zu kombinieren, hat sie zu einem Vorbild und einer Inspiration für viele junge Mädchen gemacht. Sie hat gezeigt, dass alles möglich ist, wenn man hart arbeitet und seinen Leidenschaften folgt. Blair Onial ist eine wahre Inspiration und ein Beweis für die Kraft, Stereotypen und Barrieren für Frauen im Sport und Model abzubauen. Ihr Erfolg ebnete den Weg für zukünftige Generationen junger Mädchen, in ihre Fußstapfen zu treten und ihre Träume zu verwirklichen. Vergessen Sie nicht, Kommentare zu schreiben, Leak es zu setzen und den Kanal zu abonnieren, hier wird über Sport gesprochen.